Hallo zusammen und danke, dass Sie heute zum offiziellen Start unserer neuen Leuchtenfamilie Silica 21 dabei sind. Ich bin Marc-Henrik Körner und freue mich schon seit langem auf diesen für die SITECO so besonderen Tag. Diejenigen unter Ihnen, die die SITECO schon länger kennen, wissen wahrscheinlich, dass wir früher die Wiege der modernen Bürobeleuchtung waren. Der Name SITECO stammt damals ganz klar für innovative Bürobeleuchtung. Mit der Silica 21 melden wir uns jetzt zurück an die Spitze. Silica 21 ist unser Statement für die Zukunft der Bürobeleuchtung. Ich glaube, die Zeit war reif. Regelmäßig werden wir immer wieder von Planern, die uns gut kennen, gefragt, wann kommt ihr eigentlich mal wieder mit einer echten Büro- oder Office-Innovation. Ihr wart früher so stark genau in dieser Applikation. Wir haben den Büromarkt und auch den Office-Markt niemals verlassen. Mit Hilfe von Single-Lösungen, aber halt auch immer wieder mit Sonderlösungen haben wir für Kunden in den letzten Jahren immer wieder interessante innovative Projekte und Lösungen entwickeln können. Diese Anforderungen waren die Basis und auch die Idee für die Entwicklung der Silica 21 Leuchtenfamilie. Ein Wunsch, den wir unseren Kunden auf jeden Fall mit unserer neuen Serienleuchte erfüllen wollten, war die Möglichkeit der individuellen Anpassung an den Raum, an die Beleuchtungsaufgabe oder sogar an den persönlichen Geschmack des Kunden. Diese Forderung hat dazu geführt, dass wir Silica 21 von Grund auf Modular aufgebaut haben. Die Leuchtenfamilie Silica ist maximal variabel. Sie haben die Maße, wir haben die Lösung. Unser Baukastensystem macht fast alles möglich. Basis ist ein modulares System im Basismaß 300 mal 50. Es ist flexibel erweiterbar. Damit kann Silica 21 auch speziellen räumlichen Anforderungen gerecht werden. Dem Gestaltungsspielraum sind keine Grenzen gesetzt. Silica ist die modulare Systemleuchte. Die abnehmbare Endkappe ermöglicht eine flexible Erweiterung. Über Leuchtenverbinder oder Sensoradapter entstehen individualisierte Längen und smarte Leuchten. Egal ob Pendel, Einbau- oder Anbauleuchte, Silica 21 passt einfach immer. Für jede Montage- und Deckensituation. SITECO steht seit jeher für absolute Spitzenlichttechnologie. Daher war klar, dass unsere Leuchtenfamilie bestes ergonomisches Licht machen muss. Und zwar nicht nur hocheffizient und gut entblendet, sondern auch mit einer hohen Vielfalt an Lichtverteilungen. Und das alles aus einem gleichen kompakten Gehäuse, damit die optische Einheitlichkeit nicht gestört wird. Über verschiedene Lichtverteilungen können wir einerseits Streulicht minimieren und andererseits einen ausgezeichneten Sehkomfort erzielen. Wir unterscheiden bei Eldacon L unserem Linsen-Reflektor-Optik-System zwischen breit, eng und asymmetrisch strahlend. Breitstrahlend eignet sich hervorragend für Office-Anwendungen. Die Fibonacci-Struktur der Linse sorgt für ein homogenes, perfekt gemischtes Licht und eine gleichmäßige Beleuchtung. Reflektoren schützen vor Blendung. Hohe Lichtpakete und breiter Ausstrahlöcken ermöglichen hohe Leuchtenabstände und damit eine Leuchteneinsparung. Gibt es noch zusätzliche Lichtverteilungen? Wir haben auch weitere Lichtverteilungen. Engstrahlen zum Beispiel bietet optimale Eigenschaften für die Akzentuierung oder für Korridorbeleuchtung. Auch eine Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen ist möglich, je nach Kombination von Reflektorfarbe und Indirektanteil und das Ganze ohne Blender. Und für Tafelbeleuchtung gibt es eine asymmetrische Variante? Richtig, dafür gibt es asymmetrisch strahlend. Das ist eine Optik speziell für Wand- und Tafelbeleuchtung. Durch eine spezielle Linsenform können wir Wände und Tafeln ab Höhe der Leuchte bis zum Boden gleichmäßig beleuchten und normgerecht. Und es gibt auch eine Variante mit homogener Lichtaustrittsfläche? Richtig, das ist Eldacorn P. Eldacorn P bietet eine absolut neu und einzigartige Entblendstruktur. Licht über Mikroprismen zu entblenden und nicht wie früher üblich über Spiegelraster ist ja nichts Neues. Aber Eldacorn P denkt dieses System noch einmal komplett neu. Normalerweise benötigen Leuchten mit Mikroprismen eine große leuchtende Fläche, um eine normgerechte Entblendung und hohen Sehkomfort zu erzielen. Sie brauchen viel Platz. Eldacorn P mit seiner neuartigen Linsenblendenstruktur, benötigt nur die Hälfte der Fläche und schafft doppelt so viel Licht und bietet damit die beste Arbeitsplatzbeleuchtung, die es im Moment am Markt gibt. In Korridoren und Verkehrsbereichen werden ja auch häufig komplett diffuse Leuchten eingesetzt. Richtig, diffus bedeutet Opal und damit erzeugen wir eine extrem breitstrahlende Lichtverteilung. Das ermöglicht sehr große Leuchtenabstände und eignet sich für große zu beleuchtende Flächen. Wir haben also viele Möglichkeiten, Wohlbefinden zu erzeugen und für jeden die richtige Lösung zu finden. Ja, genau richtig für das Büro von morgen. Ohne Kommunikation läuft heutzutage nichts mehr. Stichwort miteinander reden. Bis dato eigentlich eine vor allem menschliche Spezialität. Bis jetzt. Denn auch unsere Silica kann kommunizieren. Ganz schön smart, oder? Am Ende jedes Profils lassen sich verschiedene Sensoren einbauen oder nachrüsten. So werden Silica-Leuchten zu Sensorleuchten und können problemlos vernetzt oder gesteuert werden. Aber das ist noch nicht alles. Über zusätzliche Analysefunktionen kann die Silica mit anderen Systemen verbunden werden. Dank Sitiko Connect und offener Schnittstelle kommunizieren Leuchten mit Gebäudemanagement oder Raumbuchungssystemen. Ein intelligentes Space Management gewünscht? Kein Problem mit unserer Lösung aus Leuchten, Sensorik und Apps. Welcher Arbeitsplatz ist gerade frei? Wo muss gereinigt werden? All das und noch viel mehr kann über die in den Leuchten integrierte Sensorik verknüpft und mit ihrem digitalen Space Management geklärt werden. Für eine intuitive Nutzung des zur Verfügung stehenden Raumes. So werden zukünftig Dienstleister zum Reinigen oder Desinfizieren von Arbeitsplätzen nur noch dort eingesetzt, wo man sie wirklich braucht. Über Anwesenheitsdaten wird die Raumnutzung analysiert und vorhergesagt und schon kann das Raumnutzungskonzept an die tatsächliche Nutzung angepasst werden. Eine App ermöglicht den Mitarbeitern die Reservierung freier Arbeitsplätze. Alles ganz einfach und DSGVO-konform. Optimierte Flächennutzung, höheres Wohlbefinden, erhöhte Raumproduktivität durch optimale Lichtkonzepte, transparente, aufschlussreiche Daten über Raumbuchung und Belegung sowie Betriebsdaten der Leuchte. Und vor allem eine einfache und standardisierte Leuchtensteuerung über DALI-2-Vorschaltgeräte und Sensoren. Silica ermöglicht das intelligente Büro von morgen schon heute. Wo die Variantenvielfalt des Katalogs endet, beginnt die fast unendliche Varianz der Customizing-Möglichkeiten. So können wir Ihren spezifischen Projektanforderungen jederzeit gerecht werden, die passende Lösung mit Ihnen entwickeln und präsentieren. Bleibt die Frage, was tun, wenn bereits Deckensysteme vorhanden sind? Wenn zum Beispiel eine Bürobeleuchtung saniert werden muss? Kein Problem. Mit den Silica-Modulen sind Licht-Updates, sprich Sanierung, ganz unkompliziert umsetzbar. Wir bieten Lösungen für jedes Deckensystem. Und auch das Thema Nachhaltigkeit wird konsequent umgesetzt. Der durchdachte Leuchtenaufbau ermöglicht es, alle Materialien und Bestandteile zu trennen und einzelne Komponenten auszutauschen. Der gesamte Geräteträger kann entnommen und ausgetauscht werden. Die Linsen, die Reflektoren können entfernt werden. So bekomme ich Zugriff auf das LED-Modul, welches in einem ESD-Bereich auch getauscht werden kann. Rückseitig sehen wir das Vorschaltgerät, welches auch einfach zu erreichen und damit auszutauschen ist. Das Aluminiumprofil besteht aus CO2-arm produziertem Aluminium. Dass wir ein maximales Maß an Nachhaltigkeit gewährleisten wollten, versteht sich fast von selbst. Wir haben es natürlich nicht bei der Effizienz der Lichterzeugung belassen. Von Anfang an waren die verschiedenen Aspekte rund um das Thema Nachhaltigkeit in den Produktanforderungen verankert. Jedes Material haben wir uns auf diesen Aspekt hin angesehen und über Möglichkeiten nachgedacht. Das Leuchtenleben noch über die Lebensdauer der Elektronik hinaus zu verlängern. Bis hin zur Entsorgung haben wir nichts unbeachtet gelassen. Umweltschutz darf kein leeres Versprechen bleiben. Es geht darum, Ressourcen zu schonen. Mit unseren innovativen und hocheffizienten Lösungen tragen wir nachhaltig zur Erreichung der Klimaziele bei. Wir fertigen Silica 21 energieoptimiert in Deutschland. 90 Prozent des verwendeten Materials können für ein neues Leuchtenleben genutzt werden. Aus unserer Sicht der wichtigste Baustein im aktiven Umweltschutz. Zudem können unsere Leuchten auch ganz einfach modernisiert werden. Kein Neukauf nach Ende der Lebensdauer der Elektronik, sondern durch die modulare Bauweise ein einfacher Komponententausch. So geht für uns Nachhaltigkeit. Der Inbegriff all dieser Werte ist für uns Silica 21. Unser Statement für innovatives Licht, Ihr Statement für das Licht der Zukunft. Auf der Basis dieses neuen Office Baukastens ist nun alles möglich. Egal ob lineares System als Pendelanbau- oder Einbauleuchte oder zukünftig als Systemdeckenleuchte quadratisch oder rechteckig. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Silica 21 kennenzulernen. Lassen Sie uns jetzt gemeinsam den Schritt in Richtung Zukunft gehen und kontaktieren Sie uns noch heute. Gute. 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 Vielen Dank.